Servus meine lieben Freunde der E-Mobilität. Es gibt ein neues Produkt zum Photovoltaik-Überschussladen. Was ist das genau? Naja, im Prinzip der aktuelle Trend der 20er Jahre. Ganz offensichtlich ist Photovoltaik und elektrisch fahren, rein elektrisch, batterieelektrisch unterwegs sein und die Kombination aus beidem, nämlich möglichst Photovoltaik-Strom, den selbstproduzierten Strom, direkt ins Auto zu laden, ohne Umwege übers Netz. Das ist wirklich der aktuelle Trend. Und Foronius hat ein sehr interessantes neues Produkt. Kann man schon vorbestellen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt mal dran, denn nach dem Intro geht es gleich weiter. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid oder wenn ihr neu seid, vergesst nicht aufs Abo. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video aus meinem Studio hier aus Niederösterreich, aus dem schönen Mödling. Es geht wieder mal um eines unserer Themen, nämlich, ja, wir verkaufen ja im Shop Enercap.at Dinge wie zum Beispiel Photovoltaik-Überschussladestationen, die MyEnergy. Seppi, die ist ja sehr beliebt, schlecht lieferbar, aber sehr beliebt. KfW-förderfähig oder Goi-Charger, ganz viele diverse Ladekabel und lauter solche Sachen. Ihr kennt das ja, für die, die dem Kanal schon länger folgen. Aber jetzt gibt es was ganz Neues. Ja, bevor ich es vergesse, die Werbung wie in meiner eigenen Sache, vergesst nicht das Video liken, kommentieren, vielleicht das Video auch teilen. Oder ihr könnt natürlich auch anrufen im Shop, sofern wir es schaffen. Es kommen sehr viele Anrufe rein, E-Mails und so weiter. Ihr kennt ja die Kontaktoptionen. Ihr könnt mich gerne duzen. Das machen auch die meisten. Finde ich ganz nett. Das ist so ein schönes Gefühl in der Community irgendwie. Und ihr könnt auch zum Beispiel auf Google positiv bewerten. Wir haben nicht gefakte 67 5-Sterne-Bewertungen. Keine einzige mit weniger. Ich verstehe sie ehrlich gesagt gar nicht, aber offensichtlich machen wir irgendwas nicht so ganz falsch. So, genug der Selbstbeweihräucherung. Ja, worum geht es? Es geht um den Wattpilot von Fronius. Das sieht aus wie ein Goi-Charger und naja gut, es ist wohl ein Goi-Charger in etwas abgewandelter Form. Goi-Charger kennt ihr, habe ich euch schon vorgestellt. Wir verkaufen wirklich verdammt viele von den Dingern. Hat ja auch wirklich eine ganze Menge an Vorteilen. Und man kann den Goi-Charger, ja das schiebe ich jetzt gleich mal ein, so ein bisschen Geduld noch. Fronius kommt dann gleich danach. Ist mir gerade jetzt eingefallen, das will ich auch auf jeden Fall unterbringen. Für die, die schon einen Goi-Charger haben. Es gibt das Service EV Auto Charge von Christian Brockmann. Kanal Stromgarage. Für die, die es nicht kennen, schaut mal vorbei beim Christian. Auch ein sehr netter YouTube-Kanal. Und der hat ja mal schon vor längerer Zeit die Idee gehabt, hey, ich habe eine, der hat nämlich eine Fronius, ein Fronius-Wechselrichter. Da bekomme ich doch über meinen Smart Meter von Fronius, über Solarweb, bekomme ich die Daten, wie viel Überschuss habe ich gerade. Und dann habe ich eigentlich einen Tesla. Und den Tesla kann man ja an und für sich per API steuern. Also per Schnittstelle, Software-Schnittstelle. Was liegt näher, als die Daten von dem einen System abzugreifen und das andere zu steuern. Dann hat er das gemacht, nannte das Tesla Auto Charge. Dann hat er es ein paar anderen Leuten auch noch zur Verfügung gestellt, hat Videos drüber gemacht. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und dann wurde das größer, er hat dann einen Freund mit ins Boot geholt, dann haben die das richtig professionell aufgezogen. Ist nach wie vor ein Gratis-Service. Und jetzt gibt es nicht nur Solarweb, Fronius, es gibt eine ganze Menge an anderen Messungen. Weil ihr braucht ja immer für das Photovoltaik-Überschussladen, gehe ich nochmal einen Schritt zurück, für die, die nicht wissen, was PV-Überschussladen ist. Also ihr habt ja, wenn ihr eine PV-Anlage habt, in aller Regel mehr Produktion, als ihr abnehmt. Vor allem natürlich um die Mittagszeit und im Sommer. Und dann schickt ihr diesen Strom ins Netz, bekommt dafür eine, naja, meistens lächerliche Vergütung von ein paar Cent. Und wesentlich lukrativer ist es, diesen Strom selbst zu nutzen. Für alle möglichen Dinge, für was man halt Strom braucht im Haushalt. Oder zum Beispiel eben auch für das Laden eines E-Autos. Also hat man irgendeine Messung, die misst, naja, so jetzt ginge ja eigentlich Strom ins Netz. Und dann kann man irgendeine Ladestation oder einen Verbraucher irgendwie ansteuern, um dann den Verbrauch zu haben, wenn dieser Überschuss vorhanden ist. Also Überschuss heißt immer Strom, der ins Netz fließt, weil man eben mehr produziert, als man selbst benötigt. Und dieses EV Auto Charge, so heißt es jetzt, heißt nicht mehr Tesla Auto Charge. Dieses EV Auto Charge kann jetzt mittlerweile mit einer ganzen Menge an verschiedenen Smart-Mietern und Wechselrichtern umgehen und Systemen von verschiedenen Herstellern. Ich blende euch, ich gebe euch unten auf jeden Fall den Link rein zu EV Auto Charge. Dort findet ihr das wunderschön übersichtlich. Auf der ersten Seite ist gleich alles klipp und klar. Auf der linken Seite seht ihr, also linke Seite, das ist diese Seite. Linke Seite seht ihr die Mess- und Messsysteme, beziehungsweise Smart-Mieter, Wechselrichter, all diese Dinge, die da dazu gehören. Und auf der rechten Seite seht ihr dann die Verbraucher, die ihr steuern könnt. Das sind eine ganze Menge an Autos direkt, also das ist dann egal. Ihr könnt ja auch eins von unseren Ladekabeln nehmen, zum Beispiel Flexible-LED-Ladekabel. So ganz normal, ist dann vollkommen egal. Ihr könnt dann jeder beliebigen Ladestation laden. Das spielt dann überhaupt keine Rolle. Man steuert nämlich dann das Auto direkt über. Es gibt ja mittlerweile viele Autos, die man übers Internet ansteuern kann. Das ist dann so wie Tesla. Damit begann das Ganze auch. Also ihr seht das wunderschön. Messungen, was könnt ihr steuern und dann könnt ihr mit diesem Service das einfach laufen lassen. Kostet euch gar nichts. Je nachdem, ihr könnt auch einen GOI-Charger zum Beispiel damit steuern. Lauter so sagen, wie gesagt, ist super übersichtlich. Geht einfach auf die Seite EV Auto Charge, ein Blick und ich finde, alles ist klar. Wenn nicht, schreibt das unten rein. Machen wir vielleicht mal ein Video nochmal drüber. Aber gut, soviel zu diesem Ding. Eine kleine Einschränkung zu dem Ganzen. Denn jetzt könnt ihr ja jemand fragen, ja warum, was anderes, das ist doch optimal, kostet nichts oder ist sehr günstig. Und das ist doch die beste Lösung. Ihr habt natürlich zumindest eine, wenn nicht sogar zwei Einschränkungen. Konkurrenzprodukt bei uns ist immer die Zappeladestation. Das ist immer für mich das Optimum. Für viele, nicht für alle. Ihr habt, wenn ihr so ein System wie EV Auto Charge nutzt, den kleinen Nachteil, ihr müsst alles über die Handy-App oder könnt ihr auch über den Browser steuern. Handy-App, in dem Sinn gibt es gar nicht eine Web-Oberfläche. Oder, das ist der eine Nachteil, der zweite Nachteil ist dann, ihr braucht eine Internetverbindung. Das läuft alles über ein externes Service. Gut, Internet hat man in der Regel, aber es läuft alles extern. Ihr habt das nicht abgeschlossen. So, jetzt, nachher komme ich noch zum Wattpilot von Fronius. Fronius, das ist ja dann irgendwie ähnlich, wobei, da bin ich mal gespannt. Nein, das sollte eigentlich lokal dann ablaufen. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Was ich weiß, packe ich euch dann gleich in ein paar Minuten. Geht es um den Wattpilot. Ich muss das jetzt nur davor noch irgendwie unterbringen, damit das Ganze runder wird. Gut, wenn wir die Zappe hier nehmen als Alternative, das ist ein Standalone, funktioniert egal welchen Wechselricht ihr habt. Ihr könnt auch mehrere Wechselrichter haben. Ihr braucht gar keinen Smart Meter dazu. Ihr habt eine Messung dabei. Video zur Zappi, ja, wie gesagt, unten wieder oder findet es auch im Shop. Geht einfach zur Produkt und dort habt ihr die Videos direkt verlinkt. Da wird das ganz genau erklärt. Und ihr habt also ein komplett Standalone-System, das mit wirklich, egal welches Wechselrichtersystem ihr habt, es funktioniert immer. Ihr habt ein Display auf der Ladestation. Ihr könnt auch eine App nutzen. Braucht ihr den Hub dazu. Das ist so für mich, ja, dieses extrem einfach zu bedienende, sehr einfach zu installierende, mit jedem System kompatible PV-Überschuss-Ladesystem. Das ist der Vorzug. Der Zappi ist aber auch teurer, das muss man ehrlich sagen. Gut, und jetzt kommen wir da in die Mitte zum Fronius Wattpilot. Jetzt haben wir ja um mal so diese drei Möglichkeiten. Open WP lasse ich jetzt mal weg, weil sonst kennt sich keiner mehr aus. Aber kommen wir zum Fronius. Was wissen wir jetzt drüber? Noch nicht wahnsinnig viel. Übrigens, ja, fällt mir jetzt auch gerade wieder eine Kleinigkeit ein. Wenn ihr zum Beispiel einen GOI-Charger steuert oder generell, wenn ihr mit EV Auto-Charger euer Auto im Laden steuert oder zum Beispiel einen GOI-Charger steuert, dann habt ihr keine Umschaltung zwischen ein und drei Phasen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, was ist Umschaltung zwischen ein oder drei Phasen. Muss ich jetzt auch noch unterbringen. Und zwar gibt es folgendes Problem. Ihr könnt dem Auto sagen, bitte lade mit so und so viel Ampere. Da gibt es von Beginnend von 6 Ampere ist das Mindestmaß. Und dann geht das rauf. Manche Autos können bis zu 32 Ampere. Und manche Autos können das sogar dreiphasig. Das ist dann 22 kW. So habt ihr eine gewisse Spannweite zwischen einphasig 6 Ampere oder dreiphasig 6 Ampere geht das weiter rauf. Und da liegt jetzt das Problem sozusagen. Einphasig 6 Ampere, das sind 1,4 kW in etwa. Und dreiphasig 6 Ampere sind schon 4,1 kW. Das Problem dabei ist, wenn ihr wirklich rein Überschuss laden wollt, dann könnt ihr bei einphasigem Laden schon beginnen bei 1,4 kW. Dann geht es aber, wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir hier ID.3, Tesla Model 3, viele andere Autos Kona, Niro mit dreiphasen Lader. Die haben alle nur unter Anführungszeichen einen 11 kW Lader verbaut. Das heißt, der kann von 6 Ampere bis 16 Ampere. Der kann einphasig oder dreiphasig. Das heißt, der kann entweder einphasig, 1,4 kW bis 3,7 kW oder dreiphasig von 4,1 kW bis 11 kW. Ich weiß, es ist alles irrsinnig verwirrend. Schaut euch das Video vielleicht ein zweites Mal an, falls das zu kompliziert ist. Oder schreibt das unten rein. Dann picken wir uns vielleicht mal ein Einzelthema raus. Und dann versuche ich das nochmal im Detail zu erklären. Wie gesagt, wenn ihr jetzt eine Lademöglichkeit habt, die nur dreiphasig laden kann. Go E-Charger zum Beispiel. Oder das Auto eben direkt hängt an einer dreiphasigen Ladestation. Dann könnt ihr nur ab 4,1 kW aufwärts Überschuss laden. Und wenn ihr eine eher kleinere PV-Anlage habt, sehr häufig, 5, 6, 7, 8 kW Peak. Dann werdet ihr nicht oft nur reinen Überschuss laden können. Das ist ein Problem. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Lademöglichkeit habt, die umschalten kann, wie zum Beispiel die Zappi zwischen ein- und dreiphasig, was sie leider noch nicht automatisch kann. Der Chris Horn, der Chefentwickler, hat mir erst, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich mit ihm telefoniert, hat mir gesagt, sie sind immer noch dran. Es ist beim Regeln kompliziert, sagt er. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist, aber er sagt, es ist nicht so einfach. Also die Zappi-Ladestation kann man unkonfigurieren, zwischen ein- und dreiphasig im Überschuss laden. Das normale ist dann immer dreiphasig. Der GUI-Charger ist immer dreiphasig. Da könnt ihr nur ein anderes Kabel nehmen zum Beispiel. Man braucht ein zweites Kabel, Mode 3 Kabel, das nur einphasig ist zum Beispiel. Ein bisschen umständlich, kostet ungefähr 200 Euro extra, ist jetzt auch nicht so toll. Oder der Wattpilot, und jetzt sind wir endlich beim Wattpilot, beim Fronius, der kann das auf einmal. Also was der GUI-Charger nicht kann, kann der Fronius Wattpilot, der kann zwischen ein- und dreiphasig umschalten. Und laut Prospektangabe kann er das dynamisch während des Ladevorgangs. Ich bin ja dann mal gespannt, ob das auch mit Zoe geht, ob das mit Kona 11 kW geht, ob das mit Niro 11 kW geht, ob das mit Sol EV 11 kW geht. Das sind ja Autos, wo es durchaus Probleme geben kann, wo man sich auch was zerstören kann. Deswegen zum Beispiel, mein Energie sagt, ich schalte das gar nicht frei, die Funktion, um nicht bei diesen Autos Probleme zu bekommen. OpenWB sagt zum Beispiel dazu, bitte nicht nutzen mit diesen Autos. Dann hängt es davon ab, welchen Softwarestand man hat, beim Kona, Niro und so weiter, Hyundai und Kia eben. Ihr seht, das Ganze ist noch alles nicht so ganz, ganz fertig. Man muss noch ein bisschen Pionierarbeit leisten und ein bisschen noch Enthusiast sein, um da mitzumachen. Aber okay, das wird schon schön langsam. Jetzt aber der Wattpilot sagt, er kann das. Gut, ich weiß auch von Leuten, die haben das auch schon automatisiert umgesetzt, auch mit der Zoe. Rein theoretisch ist das machbar. Warum es jetzt bei My Energy nicht geht, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe nachgefragt. Ich habe es nicht verstanden, warum es nicht geht. Aber ich glaube mal dem Chris, dass er sagt, es geht nicht. Fronius scheint es zu können oder kann es vielleicht auch nicht mit den entsprechenden Problemfahrzeugen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kann der dann umschalten. Dann gibt es eine App dazu, die ist leider noch nicht verfügbar. Man kann sie noch nicht ansehen. Es gibt auch leider noch keine Demogeräte. Ich habe versucht, eins zu bekommen. Vielleicht kriege ich noch eins. Und jetzt kommt natürlich der Oberhammer KFW 440 förderfähig. Und zwar die eine Version. Es gibt ja drei Versionen von dem Wattpilot. Und zwar es gibt eine Version 16 Ampere für Fixinstallation, eine 16 Ampere mit Stecker mobil und eine 22 kW, 32 Ampere Station auch mit Stecker. Also die Fixe gibt es nur mit 11 kW und die Steckerversionen gibt es mit 11 und mit 22 kW. Die Fixe 11 kW, die heißt dann Home, die Mobilen heißen Go. Also die Fixe, die könnt ihr KFW 440 900 Euro fördern lassen. Ihr könnt die auch jetzt im Shop bei uns bereits vorbestellen. Ab Mitte Mai heißt es lieferbar. Wir haben eine größere Menge schon bestellt. Das heißt, es wird vielleicht ganz gut aussehen, wenn ihr jetzt bei uns kauft, dass ihr auch im Mai schon beliefert werden könnt. Ich kann nichts versprechen, weil wir ja selbst abhängig sind von den Vorlieferanten. Ist eben so, geht nicht anders. Wir haben auch momentan doch gar nicht so kleine Probleme auf dem Weltmarkt mit den Lieferungen, also mit den Lieferketten. Das ist ja eine bekannte Sache. Aber wie gesagt, KFW 440 förderfähig für die Fix 11 kW Variante. Könnt ihr auch ein Kabel dazu nehmen. Kabel ist ja auch mit förderfähig. Dann seid ihr sowieso schon über die 900 Euro. Und das ist vielleicht das Interessante dran. Dieser Fronius Wattpilot kostet rund 850 Euro. Also plus minus ein bisschen. Hängt jetzt davon ab. Österreich, Deutschland. Mehrheitssteuer ein bisschen unterschiedlich. Beziehungsweise 11 oder 22 kW Version. Das sind 20 Euro Unterschied. Ich denke aber trotzdem kommt jeder mit 11 kW durch. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Findet ihr auch überall im Shop verlinkt. Was brauche ich denn wirklich? Brauche ich 11 kW? Brauche ich 22 kW? Was ist denn so Zukunft und so weiter? Was kommt auf uns zu? Kommen jetzt dann Autos mit 22 kW Lader? Und alle diese Dinge findet ihr alles auch hier im Kanal, im Shop. Überall sind die Videos verlinkt. Ja, leider wissen wir noch nicht alles über diesen, aber es ist im Prinzip ein GUI Charger. Das heißt diese ganzen Funktionen von GUI mit dem RFID Tag und mit den Ladestufen, mit dem Button. Das nehme ich mal an. Weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass das genauso geht. Also das Allermeiste ist vollkommen gleich. Das Einzige was ihr braucht ist ein Fronius Smart Meter. Deswegen ist ja auch ein Fronius Gerät. Klar, das könnt ihr dann nicht mit, ja könnt ihr schon auch mit einer anderen PV-Anlage wahrscheinlich betreiben, wenn ihr euch ein Fronius Smart Meter, kostet auch nochmal ungefähr 200 Euro, dazukauft. Dann müsstet ihr das auch, dann hättet ihr SolarWeb und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Da erkenne ich mich jetzt ein bisschen zu wenig aus, muss ich ehrlich zugeben. Da bin ich Ihnen nicht der Fronius Spezialist. Aber im Prinzip mit Fronius wird es immer funktionieren. Das heißt ihr könnt euch das Ding jetzt mal kaufen. Im Grunde ist der Aufpreis relativ überschaubar zu einem normalen, unter Anführungszeichen, COI-Charger. Ihr habt die gleichen Funktionen, aber ihr könnt dann später, falls ihr eine PV-Anlage kauft, gleich mal automatisch Überschuss laden. Und das sogar mit der mobilen Version. Und das muss man ehrlich sagen, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil das Ganze funktioniert ja auch mit den mobilen Versionen. Und die sind in Österreich zum Beispiel wieder als intelligentes Ladekabel förderfähig. Oder müsste so sein. Ich weiß nicht, ob es schon gelistet ist, aber das kann man, also davon könnt ihr ausgehen. Erfüllt alle Anforderungen, um in Österreich als sogenanntes intelligentes Ladekabel förderfähig zu sein. Also das betrifft die mobilen Versionen. Die fixe Version ist auch in Österreich sicher förderfähig als Ladestation, als Wandladestation. Und wie gesagt, KfW 440, da ist die fixe 11-KW-Version förderfähig mit 900 Euro. Also es gibt fast überall irgendeine Fördermöglichkeit. Und wie gesagt, die mobilen, Mobil-Plus-Überschuss laden ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn das auch noch geht. Ein kleines Plus, ein kleines Extra. Ich bin extrem gespannt, wie gut das dann funktioniert. Vor allem mit dem Umschalten, Einphasen, Drei-Phasen. Das ist eine Challenge. Und das ist aber wirklich, das ist wichtig aus meiner Sicht. Manche haben eine 20-KW-Peak-Anlage. Okay, ist nicht so tragisch, da kommen schnell mal 4-KW runter. Aber bei den üblichen PV-Anlagen mit 5, 6, 7-KW-Peak, da ist es nicht blöd, wenn man dann nicht umschalten kann, sei es nur manuell vorweil umschalten, aber automatisch umschalten, dynamisch während der Ladung. Da bin ich wirklich gespannt. So, jetzt wäre ich gespannt, wer von euch sich dafür interessiert. Und wie gesagt, im Shop könnt ihr das ab sofort vorbestellen, also ganz normal kaufen. Sobald es lieferbar ist, liefern wir dann aus. Das Zubehör vom GOI-Charger passt offensichtlich dazu, sieht nur ein bisschen anders aus. Das gibt es jetzt noch nicht extra im Shop eingepflegt, dieses Zubehör. Aber, wie gesagt, ihr könnt auch das GOI-Zubehör nehmen, hat nur ein bisschen eine andere Farbe. Die Grundplatte hat auch ein bisschen eine andere Farbe. Da gibt es eine dunkle Grundplatte, kommt auch alles noch. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal zumindest den Charger vorbestellen. Das ist mal das Wichtigste. Das Zubehör ist ja immer leicht verfügbar. Da gibt es ja keine Schwierigkeiten. Denn ich glaube, der Antrag, so wie ich es letztes Jahr im November gesagt habe, als klar war, was alles KfW 440 förderfähig sein wird, habe ich ja gesagt, schnell bestellen, sonst müsst ihr lange warten. Das haben dann viele gemerkt, dass sie lange warten müssen. Nach wie vor, leider Zappi-Ladestationen, immer noch lange Lieferzeiten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn euch dieser Charger interessiert, ich glaube, das wird einfahren, wird funktionieren. Also, Fronius, österreichischer Hersteller, finde ich sehr hochwertig alles von Fronius. Das muss eigentlich funktionieren, alleine wegen der Marke Fronius. Und deswegen denke ich, kann man das auch so blind empfehlen. Lehne ich mich ein bisschen raus, ich kenne es noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. So, jetzt glaube ich, habe ich wirklich alles, es war alles dabei und ja, will ich nicht mehr länger plaudern. War schon lang genug, ist schon wieder ein langes Video. Also, hat mich gefreut, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Vergesst nicht, wie gesagt, liken und Kanal abonnieren und kommentieren, im Shop vorbeischauen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch und ja, bis dahin, alles Liebe und ciao. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020